Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 2, Folge 26. Wenn möglich, bitte wenden. In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Musik, nicht für jedermann. Horizon Excess. Hier ist Horizon Excess mit Musik, die ihr nirgends sonst hört. Aber bevor ich euch noch eine Klassiker aufliebe, muss ich euch erzählen, dass ich gerade mit Ben Green über das nächste Schaurennen geredet habe. Es findet gleich draußen von Forza statt und er sagt, sie hätten dort gestern einen riesigen Wildsack auf einem Feld aufgestellt. Ich weiß bei besten Willen nicht, wozu das gut sein könnte. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. Stufenaufstieg. 9000 CR. Sie haben ihr Ziel erreicht. 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 Das war's. 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 Das war's.